Das Video, das darf auf keinen Fall hochgeladen werden, weil im Hintergrund bei Schott so und so viel stehe ich da hinten in der Ecke und rieche mir an meinem T-Shirt. Herzlich Willkommen im Podcast von VideoDU. Heute zu Gast Damien Cooper. Ich möchte Damien es einmal kurz vorstellen. Damien Cooper ist in Remscheid geboren, ist 31 Jahre alt, macht gerne Filme und möchte auch weiterhin gerne Filme machen. Und seine Ziele sind zurzeit noch kompliziert, sagt er selbst. Er hat studiert in der International Center of Photography in New York City. Seinen YouTube-Kanal und seine Webseite heißen Monkey Pixels. Sein Porträt, was er über sich selber sagt im Internet, sagt folgendes. Nach dem Fotografiestudium in New York City kann sich Damien nicht mehr daran erinnern, ob er mehr Zeit mit Shows auf Netflix verbracht oder die Welt bereist hat. Er bezeichnet sich selbst als leidenschaftlicher Fotograf und Videograf. Nach dem Studium hat er es ihn nach einem Job nach Wien verschlagen. Er hat sich sofort in die Stadt verliebt und ist seither dort wohnhaft. Er fühlt sich dennoch auf der ganzen Welt zu Hause. Er fotografiert und filmt auf der ganzen Welt, sobald es sich die Gelegenheit dazu bietet. Er selbst sagt, dass er jenseits altmodischer Grenzen, überholter Weichzeichner und langweiliger Location arbeitet. Dass er mit dem richtigen Gespür für einen Moment und immer wieder neue Ideen, Fotos und Videos unvergesslich gestaltet. Professionelle Arbeit und Zuverlässigkeit sind sein Standard. Er arbeitet weltweit. Damien produziert Musikvideos, Werbevideos und Kurzfilme. Jetzt nochmal kurz, wie Damien auf mich wirkt. Damien ist ein netter, sympathischer, erfolgreicher Videograf. Er zeigt sich motiviert und macht unglaublich gute YouTube-Videos. Ich habe mir natürlich auch schon ein paar angeguckt, die fand ich wirklich mega. Er ist bereits als Filmemacher der Woche ausgezeichnet worden. Er hilft anderen dabei, mit seinen Videos mehr über die Videoproduktion zu lernen. Eigentlich spricht Damien in seinen ganzen YouTube-Videos immer nur Englisch. Deswegen freut es mich mega, dass er heute mit mir zusammen alles komplett auf Deutsch macht. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich dafür. Herzlich willkommen, Damien. Hi. Fangen wir erstmal an mit dem Persönlichen. Du, wenn dich jetzt jemand fragt, sag mal Damien, was machst du eigentlich beruflich? Was würdest du demjenigen sagen? Also generell würde ich natürlich sagen, dass ich Filme mache. Also am Endeffekt bin ich einfach kreativ. Also das ist, glaube ich, das, was bei mir im Vordergrund steht. Also was ich beruflich mache ist, ich, oder möchte jetzt ins wirklich Detail eingehen, wo ich sage, okay, ich mache XY-Video für Z. Also wir haben ja gesagt, wir machen eine Stunde, von daher. Ja, also overall, wie gesagt, ich mache einfach Videos. Versuche mich so kreativ wie möglich zu betätigen, in allen möglichen verschiedenen Bereichen. Also das mache ich beruflich, würde ich sagen. Wann hast du mit den Videos angefangen oder wie bist du da überhaupt so gekommen? Ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausschweifen. Also mit Fotografie habe ich angefangen vor bestimmt 12, 13 Jahren etc. Hatte auch mein eigenes Fotostudio in Wuppertal. 200 Quadratmeter, habe wirklich alles damals gemacht von Hochzeitsfotografie-Events und Porträts und Omas Hund und keine Ahnung was. Also so habe ich quasi angefangen mit dem Fotografieren und generell in die kreative Branche zu kommen. Bin dann auch nach New York gegangen, um dort wirklich komplett durchzustarten. Als Starfotograf, weil ich immer, das ist nämlich auch wieder das Lustige, weil ich immer sehr eine hohe Affinität für Filme und Serien hatte. Und das war immer das, wo ich hin wollte, Hollywood. Und als Fotograf, ich bin irgendwie damals nicht auf die Idee gekommen, dass es viel mehr Sinn machen würde, direkt anfangen zu filmen, wenn man in den Bereich will. Aber ja, also das war mein Plan. Deswegen bin ich dann auch nach New York gegangen, habe dort auch nochmal studiert. Ich habe mir vorher alles autodidaktisch beigebracht, wollte aber wissen, wenn ich jetzt für die Agenturen arbeite oder wirklich in diesem Bereich hochklassig arbeite, dass meine Autodidaktik nicht irgendwo an Grenzen stößt und mir die dann bei der Agentur sagen, hey, aber kannst du bitte in dem und dem Format fotografieren und ich habe überhaupt keine Ahnung, was sie von mir wollen. Deswegen bin ich halt nochmal an die Uni gegangen, habe dann dort studiert und jetzt kommt der etwas ausschweifendere Teil. Ich habe mir dann in New York mein Studium durchs Pokern finanziert, weil ich auch in New York niemanden kannte und habe dann halt dort in der Untergrundszene gepokert, habe mir dadurch das Studium finanziert, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass es viel einfacher ist, Geld mit Pokern zu verdienen als mit der Fotografie und bin dann irgendwann ein bisschen beim Pokern hängen geblieben. So bin ich auch nach Wien gekommen, weil in Wien ist Pokern steuerfrei und deswegen bin ich dann quasi hierhin gekommen. Habe dann hier jahrelang, hier habe ich dann noch den Job des Creative Directors für ein Casino bekommen. Das habe ich aber nach drei Monaten gekündigt, weil mir das einfach die Leute so auf die Nerven gegangen sind, dass sie gesagt haben, das ist nichts für mich. Habe dann jahrelang nur noch gepokert, habe gar nichts mehr mit der Kreativbranche zu tun gehabt, habe sogar meine Kameras verkauft, hatte dann über Jahre lang gar nichts mehr damit zu tun. Habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass ich unbedingt wieder kreativ sein will und das Pokern ist halt, da ist überhaupt kein Raum für Kreativität. Das ist wirklich Lösung A, beziehungsweise Problem A, Lösung B. Und wollte dann immer wieder mehr in den Markt einsteigen. Aber Fotografie ist, also ich persönlich würde jetzt nicht vielen Leuten raten, heutzutage noch in der Fotografie professionell neu einzusteigen, weil ich glaube, der Markt ist komplett übersättigt und die Kameras werden immer besser etc. Das heißt, das war nicht wirklich eine Option. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe einen YouTube-Channel eröffnet, habe mir wieder eine kleine Spiegelreflexkamera gekauft und habe Vlogs gemacht über mein Leben als Pokerspieler. Weil ich halt auch viel durch die Welt gereist bin und Poker gespielt habe, was ja schon eher irgendwas anderes ist, habe ich dann halt angefangen zu vloggen. Die Vlogs kamen super an und ich habe mich dann dann kreativ ausgetobt, habe dann aber gemerkt, dass wenn ich nicht wirklich dediziert die ganze Zeit über Poker rede, interessiert es keine Sau. Und da mich zu dem Zeitpunkt Pokern einfach gar nicht mehr interessiert hat, sondern das Videos machen einfach viel mehr interessiert hat als das Pokern, habe ich dann immer mehr den Content Richtung Videos machen geschifftet, wo dann auch die Views ziemlich weiter runter gehen, weil die Leute halt wirklich nur fürs Pokern sich interessiert haben. Und dann habe ich auch mal den Leap of Faith genommen, wie man so schön sagt, und habe gesagt, okay, ich will jetzt doch wieder nur noch Videos machen. Habe dann meine alte Fotografie-Webseite gemacht, habe mit meiner Freundin ein Video online gestellt, einfach so ein kleines Reisevideo, wie man so will, mit einem kleinen Voice-Over, habe das online gestellt und habe einfach gesagt, so, Damien Cooper ist wieder open for business, wer möchte, der kann. Und von da an ging es dann extrem steil nach oben. Ich wurde fünf Minuten, nachdem ich die Website online gestellt habe, von einem Kumpel von mir, der gerade eine Riesenfirma gegründet hat, angefragt, der möchte gerne, die brauchen jemanden für Videos, der fand das Video so geil, kann ich nicht 100 Stunden im Monat für die Videos produzieren. Und das war natürlich dann schon ein super Start im Monat 1. Ja, und ab dann ging es dann halt los. Und wann war das jetzt ungefähr? Wann hast du gestartet wieder mit der Videobranche? Ziemlich genau vor einem Jahr. Vor einem Jahr? Wow, da hast du aber... Weil dein Kanal Monkeypixels, wurde nämlich mehrfach bei den ganzen Facebook-Gruppen immer so, ja, da bist du unbedingt drauf, der erzählt viel und macht guten Content und so. Also wenn du es so vor einem Jahr gestartet hast, Respekt, also nicht schlecht. Also den Channel, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, also den Channel haben wir erst vor sieben Wochen gestartet. Und ich sage jetzt auch wir, weil du immer du sagst und auch in der Introduction. Und also Monkeypixels mache ich auch nicht alleine. Also ich bin schon Inhaber und ich bin natürlich auch die ganze Zeit vor der Kamera. Aber da arbeiten natürlich auch noch andere Leute mit. Und also mit meiner Freundin, Belinda Schönberger. Und sie macht zum Beispiel die ganzen YouTube-Videos, sie bearbeitet die und den ganzen Kram. Also ich sitze da wirklich nur, drücke auf Record und rede. Also die ganzen visuellen Sachen auf dem YouTube-Channel ist also ihre Arbeit. Und auch alle möglichen anderen kommerziellen Sachen, die wir machen, machen wir zusammen. Und sie filmt halt mit oder macht Ton oder was auch immer. Also nur das mal ganz kurz nebenbei angemerkt. Aber ja, den haben wir vor sieben Wochen gestartet. Ja, nicht schlecht. Also da waren sie, wie das wieder abgeht. Also wie gesagt, Facebook redet nur von Monkeypixels. Ich meine, das ist natürlich auch ein cooler Name, der auch im Kopf bleibt. Und ja, jetzt nochmal, also vor einem Jahr hast du angefangen und dann würdest du auch sagen, dann wird es auch professionell vor einem Jahr. Ich habe wirklich ziemlich genau zeitgleich angehört. Ich bin immer, ich bin sehr ungeduldig und ich lebe immer ein bisschen schneller als andere Leute. Also wenn, dann direkt. Aber ja, vor etwas über einem Jahr habe ich wirklich noch keine Ahnung gehabt, wie man überhaupt Slow Mocean in der Kamera filmt. Und habe mich damit Nüsse ausgekannt. Ich weiß, ich habe dann immer mit meiner Freundin damals sind wir Inlineskaten gewesen und ich habe versucht, sie beim Inlineskaten zu filmen. Das ist eine absolute Katastrophe gewesen. Du filmst also, ich habe das Video auch gesehen, ich fand es cool. Also hast du ja auf deiner Webseite auch drauf mit dem Inlineskaten. Also ich finde es cool. Mein erster bezahlter Auftrag war dann, also dann hat mich, ich habe Crossfit ziemlich viel gemacht und mein damaliges Crossfit-Gym hat mich gefragt, die haben einen Wettkampf, ob ich nicht. Haben halt auch das Video gesehen auf Facebook, haben gesagt, hey, du filmst doch, hättest du nicht Bock, das zu filmen und so. Dann habe ich gesagt, okay. Habe denen auch einen Sonderpreis gemacht zu dem Zeitpunkt. Und das war dann mein absolut erster bezahlter Auftrag. Das Video kam so gut an, das wurde innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, 110 Mal auf Facebook geshared oder so nach dem Event, als es hochgeladen wurde. Und das haben natürlich dann auch viele Leute gesehen und direkt daraufhin hat uns dann eine Schönheitsklinik hier in Wien gebucht, die das Video gesehen haben. Die wollten einen neuen Imagefilm haben. Und dann ging es auch wirklich direkt rapide nach oben. Also ich habe im Juni das Gewerbe überhaupt angemeldet, dass ich gesagt habe, okay, ab Juni fange ich an, das professionell zu machen. Und im November waren wir schon 31 Tage, oder 30 Tage, wie viel auch immer der November hat, ausgebucht in vier verschiedenen Ländern. Also wirklich 30 Tage lang haben wir jeden Tag irgendwas in irgendeinem Land auf der Welt gefilmt. Und da ging es dann wirklich sehr schnell. Wow, aber das spricht ja auch wieder eine Qualität von den Videos. Also ich meine, ich buche ja keiner, wenn du sagst, ja, nee, das ist jetzt diese verwackelt und alles scheiße, sondern das ist ja schon hammergeile Qualität, die du dann auch bietest. Und auch wahrscheinlich, wo die Leute dann auch sofort sehen, ey, das bringt mir was, wenn ich mich von dem hier auf jeden Fall filmen lasse. Das reiche. Ja, also würde ich mal sagen, wenn in 30 Tagen... Das musste erst mal einer nachmachen. Das finde ich schon mal gut. Das wäre der nächste Punkt in meiner Fragenliste, wäre dann USP, also dein Alleinstellungsmerkmal. Und es ist jetzt ja nicht 30 Tage so viele Filme gemacht, sondern was ist so dein USP? Was zeichnet dich aus? Was zeichnet Monkey Pickles das aus? Es ist eine Frage. Also es ist... Man kennt ja jetzt, sag ich mal, wenn man sich in der Filmbranche auskennt, gibt es ja diese bestimmten Leute. Jetzt nehmen wir Sam Colder oder Taylor Cutt oder wie auch alle sie heißen. Und das ist halt... Man sieht das Video und sieht sofort, oh, das ist ein Sam Colder-Film. Oder das ist ein Taylor Cutt-Film. Oder das ist von der und der Person gemacht. Und das war jetzt nie unsere Idee oder meine Idee, weil ich mich dazu einschränke. Also ich bin jemand, der gerne überall mal ein bisschen... Und hier, deswegen, ich liebe Musikvideos, ich liebe aber auch Kurzfilme, ich liebe aber auch Werbung. Und Hochzeits kann ich definitiv... Hab ja auch kein Problem mit. Also finde ich auch super schön. Ich habe damals sehr viel als Hochzeitsfotograf gearbeitet, hab da auch überall auf der Welt Hochzeiten fotografiert. Und deswegen wollte ich mich da nie einschränken. Also dieses wirklich, oh, das ist ein Monkey-Pixels-Film, ist wahrscheinlich gar nicht mal das, was uns auszeichnet. Was uns auszeichnet, ist einfach... Und das ist auch, glaube ich, das, warum wir viel gebucht werden, ist... Wir sind ein ziemlich kleines Team, haben sehr hochwertiges Equipment und können wirklich in kurzer Zeit mit diesem kleinen Team eine sehr hohe Qualität erreichen, was in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht so normal ist. Also für das, was... Also ein Beispiel, wir haben einen Kurzfilm in Nevada gedreht und den hab... An sich hab nur ich den Kurzfilm gedreht. Also Bell hat die Behind-the-Scenes gemacht, aber den kompletten Kurzfilm hab ich gedreht. Das Skript hab ich geschrieben an einem Tag. Am nächsten Tag haben wir angefangen zu drehen. Nach vier Stunden drehen waren wir fertig und einen Tag bearbeitet und das Ding war da. Daraufhin hat uns ein Produzent aus Indien angeschrieben und hat gesagt, wie groß war denn die Crew, wie viele Leute. Und dann hab ich das Making-of hochgeladen auf unserem YouTube-Channel und hat einfach gar nicht geglaubt, dass das möglich war mit einer Kamera, einer Person und das war's. Und daraufhin wollte er uns jetzt auch für einen Feature-Film in Indien buchen zum Beispiel, weil er gesagt hat, hey, ich dachte eigentlich, ich brauch dafür acht bis zehn Leute, um sowas zu drehen und die Qualität zu erreichen. Wenn das mit einer Person geht, dann ist ja mit vier schon nochmal geiler. Und ich glaube, das ist das, was uns ein bisschen auszeichnet, dass wir wirklich eben auch jede technische Spielerei, die wir irgendwie, wo wir unsere Hände dran kriegen, die uns die Arbeit erleichtert beziehungsweise den Job schneller macht oder so, da sind wir sofort dabei. Und ja, ich glaube, das ist was. Und halt natürlich, und noch ein Punkt, ich bin selber super chaotisch, immer schon gewesen. Nichtsdestotrotz würde ich trotzdem von mir behaupten, dass ich sehr viel Professionalität an den Tag lege. Und das ist was, was in der Kreativbranche einfach gar nicht so oft vorkommt. Also ich habe auch schon Leute angestellt für die Firma und da gab es halt immer diese Diskrepanz zwischen wirklich gute kreative Arbeit und Professionalität. Und beides habe ich nicht gefunden. Ich habe Leute, die waren super professionell, richtig gute Business Attitude, aber deren Bilder und Videos waren einfach grausam. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Leute, wo wirklich Bomben Instagram-Accounts, aber die professionelle Detail dahinter war überhaupt nicht gegeben. Also das war einfach die größte Katastrophe. Und ich glaube, da finden wir einen sehr guten Mittelweg zwischen, wir machen echt gute Arbeit, aber sind auch professionell, was den Ablauf angeht. Mega. Also klingt auf jeden Fall. Also gutes Personal zu finden, ist sowieso generell schlecht. Deswegen bin ich immer noch ein Ein-Mann-Unternehmen. Meine Frau unterstützt mich da auch ein bisschen, aber ich mache das auch lieber alleine. Genau wie du sagst, Scripts selber schreiben, mir selber Gedanken machen. Also Storytelling ist ja jetzt momentan so in, wie erzähle ich die Geschichte, wie verpacke ich das Video. Und ja, das macht wirklich am meisten Spaß, wenn man dann so, dann hinterher auch das Ergebnis sieht. Und ich freue mich auch immer mega, wenn das abgerendert ist und draußen ist. Und wow, das ist geil. Und das Coole ist ja, was ich am schönsten finde, ist hinterher das Feedback. Ich habe jetzt für meine Nichte ein Video gemacht, von einer Kommunion. Und die hat nach der Kommunion, weil ich habe ja vorher schon mal ein Video gemacht, von dem Kindergeburtstag. Nach der Kommunion kommt sie zu mir und sagt, Sven, ich freue mich mega auf dein Video. Und wo ich mir denke, boah, super. Das war so richtig, also das war das, warum man das eigentlich macht. Nicht jetzt eigentlich wegen dem Geld, sondern wegen dem Feedback. Also so ist es bei mir zumindest. Die nächste Frage, die ich habe. Warum New York City? Warum? Also du hast erzählt, wegen der Poker-Geschichte, hast gesagt, ich mache das jetzt professionell, aber warum dann gleich New York? Ich meine, in Wuppertal, Köln, da gibt es ja auch jede Menge Studienplätze. Also ich war, lustigerweise war ich wirklich damals meine Unternehmensberaterin zu dem Zeitpunkt, die mir einfach die Uni in New York ans Herz gelegt hat, beziehungsweise einfach gesagt hat, man muss auch einfach mal aus seiner Comfortzone raus, einfach mal woanders hin. Ich wollte sowieso immer einmal ins Ausland gehen. Ich habe auch Familie auf Long Island in New York, etc. Ich bin auch sehr amerikanisiert aufgewachsen. Das heißt, diese Affinität in Richtung USA war sowieso immer schon da. Das heißt, da habe ich gesagt, okay, das ist einfach der perfekte Zeitpunkt, in die USA zu gehen. Und wir sind ja auch jetzt sehr viel in den USA. Fast, also ich sage mal so zwischen einem Drittel und einem halben Jahr verbringen wir wahrscheinlich in den USA oder zumindest irgendwo anders im Ausland. Warum? Der Grund ist natürlich auch ziemlich viel, die Branche, in die wir wirklich wollen, die ist meiner Meinung nach in, also in Österreich sowieso nicht und in Deutschland schon mehr, aber die ist aber nicht vorhanden. Also es ist so, worauf wir wirklich Bock haben, ist Entertainment. Also Entertainment ist so unsere Schiene, was uns am meisten Spaß macht. Sprich, Musikvideos, Sportlerportraits, Filme, Serien, all diese Sachen. Und die gibt es einfach hier nicht so wirklich. Also mit hier meine ich jetzt, sowohl Österreich als auch als Deutschland. Also das ist, die Budgets sind kleiner, die Förderung ist irgendwie nicht da. Das heißt, wirklich so richtig viele Serienfilme gibt es nicht. Plus, ich persönlich, wie gesagt, ich wurde sehr, ich bin sehr amerikanisiert aufgewachsen. Ich habe schon, als ich klein war, nur noch Serien und Filme auf Englisch geschaut. Ich lese Bücher nur noch auf Englisch. Ich höre nur englische Musik. mein Handy, mein Computer, alles ist bei mir auf Englisch. Hat irgendwie keinen Sinn für mich gemacht, jetzt irgendwie Content auf Deutsch zu kreieren oder halt in Deutschland das großartig zu machen. Ich würde gerne später nochmal auf die Zielgruppe, die du genau ansprechen möchtest, gerne nochmal darauf eingehen. Nochmal weiter. Genau, Englisch haben wir jetzt, warum gerade Englisch? Das war ja die nächste Frage. Eigentlich hast du mir vorweg genommen. Okay. Jetzt, für mich ist wichtig, du hast das ja gelernt, du hast gesagt, du hast dir das selber beigebracht, so habe ich das verstanden. Wie bildest du dich denn jetzt momentan immer weiter? Also du filmst und dann lernst du wahrscheinlich selber empirische Sachen. Was habe ich falsch gemacht? Wie könnte ich es besser machen? Und wie bildest du dich so generell weiter? Was sind so deine Tutorials, die du nimmst? Also Learning by Doing ist definitiv für mich das Wichtigste. So habe ich auch schon mit der Fotografie angefangen. Ich schaue mir ein Video an, was ich richtig geil finde und dann stelle ich das so in etwa nach. Und dann sage ich mir, okay, wie hat der das denn gemacht? Wie funktioniert das denn? Okay, das will ich auch machen. Und dann mache ich ein Video, das dem ähnlich ist und dabei findet man dann auch seinen eigenen Stil. Gerade wenn man halt sich 10, 15 verschiedene Leute anschaut und der macht was Geiles und der macht was Geiles. Irgendwann gefallen dir dann die Sachen, die der am besten macht und die, die der am besten macht, was dir am besten gefällt und das kreierst du dann irgendwie dadurch deinen eigenen Stil, indem du das kombinierst. Also Learning by Doing ist definitiv bei mir ganz oben, aber auch nicht unbedingt das Einzige. Also ich habe, jetzt sage ich mal, wenn es um Color Grading geht, dann lade ich mir da auch wirklich bezahlte Tutorials runter. Oder, also ich habe auch kein Problem damit, Geld in die Hand zu nehmen für sowas. Ich habe jetzt, also Filmstudium zum Beispiel wäre für mich definitiv nichts. Das wird mir auch einfach viel zu lange dauern. Ich habe Freunde, die Film studieren und wenn ich mir da deren Curriculum anschaue, dann denke ich mir, das dauert mir einfach viel zu lange, bis die da an Punkt B sind. Das, keine Ahnung. Ich habe letztes Mal in der Videomachergruppe, wo du das krass hast mit dem Studium, es gibt ja auch nicht nur Studiumgänge, sondern es gibt ja auch diesen Mediendesigner oder so, heißt das, ich glaube Ausbildung, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat einer geschrieben von der IRK-Prüfung, wurde gefragt, welches Kabel das und das ist und welche Bedeutung. Und ich denke, ey Leute, was muss ich denn wissen, was das für ein scheiß Kabel ist? Also das interessiert mich doch nicht. Aber das sind so typisch, finde ich, in der Ausbildung, im Studium Dinge, die abgefragt werden. Ich meine, die müssen geprüft werden, da steht auf dem Zettel, dann können sie sagen, okay, Note 1 bis 6, okay, aber das braucht keine Sau, finde ich, wirklich in der Praxis. Ich würde es genau so machen, also ich würde jedem empfehlen, so wie du, einfach anfangen, üben, mach ein geiles Video und sag, ey, wenn das gefällt, ich mach es mal online und schau mal, was passiert und dann geht das natürlich ab. Ich meine, das war natürlich ein Riesenerfolg dann auf einmal. Jetzt nochmal zu dir persönlich, was macht dein Video denn unvergesslich oder wo legst du unbedingt Wert drauf auch bei deinen Videos? Ja, das ist die Frage, mit der ich am meisten Problem habe, weil, also ich bin schon ein sehr perfektionistischer Mensch und sag, ich möchte da, also ich versuche dann wirklich, also wenn irgendwas in diesem Video ist, was mich stört, wo ich sage, oh, das ist nicht perfekt, dann muss ich da einfach nochmal rangehen. Also das war zum Beispiel, da habe ich das Audio verkackt einfach mal für einen Kundenauftrag, dem Kunden ist das überhaupt nicht aufgefallen, der fand das super toll, aber mich hat das so gestört, dass ich sogar extra Geld investiert habe, um noch einen Profi quasi da ranzuholen, der das nochmal verbessert, obwohl ich das, das habe ich aus eigener Tasche gezahlt quasi. Also ich denke mal so, overall so ein bisschen Perfektionismus bei vielen Sachen. Das steht einem manchmal auch ein bisschen im Weg, diesen Perfektionismus, oder? Absolut, also das ist keine Frage. Also ich kontrolliere mein Video dreimal, bevor ich es, also jetzt gerade am Brautmann, bevor ich das rausgebe, und ich bin jedes Mal, ich muss dazu, mein erstes Video, was ich so verkackt habe, da habe ich, ähm, alle Kameras eingestellt, erstmal waren es gefühlte 60 Grad in dem Raum, ich habe geschwitzt ohne Ende, die andere Kamera ist ausgegangen, weil die war überhitzt, war auch mega geil, und dann stehen die auf einmal auf und geben sich das Ja-Wort. Das ist immer so, die warten ja nicht auf den Videografen und sagen, okay, jetzt stellt er erstmal seine Kameras ein, und dann machen wir weiter. Die sind aufgestanden, Ja, Ja. Fertig. Und ich stehe da, oh scheiße, und ich hatte nur bis hier drauf, ich hatte das Ja-Wort nicht gefilmt, bei meinem ersten Shoot, das war so, und ich habe es genau wie du gemacht, ich habe es so geschnitten, dass es nicht aufgefallen ist. Ich habe später, wo die sich beide nochmal Ja gesagt haben, diese Szene verwendet, als Ja-Wort, und ich möchte auch nicht sagen, welches Wortpaar das war, die würden mir das wahrscheinlich übel nehmen, aber das ist nicht aufgefallen, und ich habe es so gebibbert, ich habe es abgeschickt, habe gesagt, scheiße, hoffentlich fällt das nicht auf, und das ist nicht aufgefallen. Das ist wirklich cool, was man so mit Videos machen kann. Was bringt mich eigentlich, das ist ein ganz guter Anstoß, weil, und ich glaube, das ist das, was unsere Videos auszeichnet, ist einfach, ich persönlich war schon immer jemand, der ein sehr breites Interesse ins Gebiet hat, und sich auch sehr schnell irgendwo reinsteigert, also ich war nie so ein geradliniger Mensch, der sagt, oh das finde ich cool, und dann mache ich das irgendwann eine komplette Zeit, wenn mir super schnell langweilig wird, das heißt, ich habe mit der Fotografie angefangen, ich habe sehr viel Sport gemacht, ich habe jetzt halt dann mit dem Video, etc., das heißt, ich glaube, was uns auszeichnet, oder auf mich auszeichnet, in meinem Stil, ist diese Flexibilität, dass ich halt einfach, der Kunde möchte XY, und dann sage ich, okay, das kann ich bieten, weil ich da schon alles irgendwie ausprobiert habe, und selber so viel mache, und ich bin da eben nicht so eingefahren, in diesem, hey, ich möchte das, und dann sage ich, ah nee, das mache ich aber nicht, und ich glaube, das ist das, was uns auszeichnet, dass wir einfach so flexibel sind, und einfach eigentlich fast alle Wünsche erfüllen können, sage ich mal. Flexibel finde ich ein schönes Wort, ich war mal auf einer Hochzeitsmiste, da hat jeder Dritte, jeder Zweite hat zu mir gesagt, ja, wir sind individuell, und dieses Wort individuell finde ich eigentlich, also flexibel finde ich schöner als individuell, weil das ist schon so abgegriffen individuell, aber genauso muss es ja auch sein, der Kunde sagt, ich möchte, ich stelle mir das so und so und so vor, was ich immer schwierig finde, ist hinterher dem Kunden, die haben ja alle so ein paar Vorstellungen, wie das ungefähr später aussieht, und wenn die dann später enttäuscht sind, ja, das sieht jetzt aber nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe, oder sogar noch besser, oh, das ist ja sogar noch besser, als ich mir das überhaupt vorgestellt habe, also das ist, wie gehst du denn mit negativer Kritik um, wenn du jetzt, wird ja auch wahrscheinlich mal gewesen sein, wo du gesagt hast, ja, das war super geil, das Video, aber das und das und das hat mir nicht gefallen, was machst du da, sagst du, okay, ich mache das nochmal neu, oder? Ja, in der Regel, ich glaube, das ist auch was, was mich auszeichnet, ich meine, der Kunde zahlt dafür, also wenn es eine Kundenarbeit ist, und der zahlt dafür, dann kriegt er halt, was er möchte, also dann ist halt so ein bisschen Kunde das König, ich bin da definitiv, dass ich sage, wir hatten einen Fall, wo ihm die Schriftart nicht gefallen hat, und dann kam er selber an mit einer Schrift, und ich habe gesagt, das finde ich absolut grausam, die Schrift, und dann, ich äußere meine Bedenken, je nachdem, wie groß die Bedenken sind, auch wirklich vehement, aber im Endeffekt, wenn der Kunde das möchte, dann kriegt er das auch, und so wirklich richtig Kritik, muss ich sagen, wie so Kleinigkeiten halt, wo ich mir denke, aber gerade so bei Musikvideos, weil man selber auch nicht drinsteckt, das ist dann, dann hat man den Artist und so, und ich denke, oh, ist total cool, und der Person gefällt, aber die eine Einstellung nicht, weil, keine Ahnung, wir hatten mal ein Video, da sage ich jetzt auch, natürlich nicht, welcher Kunde das war, und dann war das Video, das darf auf keinen Fall hochgeladen werden, weil im Hintergrund bei Shot, so und so viel, stehe ich da hinten in der Ecke, und rieche mir an meinem T-Shirt, es ist niemandem aufgefallen, also da, vor allem im Vordergrund passiert was, was gerade wirklich spannend ist, wo die Leute zuhören, weil da gerade wirklich Content geliefert wurde, und, aber das ist, wir haben, wir müssen uns das Video fünfmal anschauen, bis wir überhaupt verstanden haben, was er von uns will, und das ist dann oft schwierig, also, wenn die Leute dann, so in ihrem Persönlichen drin sind, wenn du dann jemanden hast, der sagt, ja, hat er sich immer so dick aus auf dem Bild, und die Person wiegt vielleicht 45 Kilo nass, und dann denkst du dir so, the heck. Und da sind ja schon andere Probleme eigentlich, im Vorfeld. Ja, aber sonst, muss ich ganz ehrlich sagen, wenig Kritik, also. Ja, super, ähm, ich möchte natürlich gerne ein bisschen mehr über dich wissen, was machst du so in deiner Freizeit? Welche Freizeit? Ja, als Filmemacher hat man gar nicht so viel Freizeit, aber wenn ich jetzt natürlich eine Antwort darauf geben müsste, würde ich jetzt theoretisch sagen reisen, aber ich reise eigentlich nie, ohne eine Kamera dabei zu haben, und das in irgendwie, in irgendeiner Form, mit einem Job zu verbinden, insofern ist Reisen auch nicht wirklich Freizeit, aber sonst definitiv Sport, Essen, und da hört es auch eigentlich schon wieder auf. Sport und Essen ist Freizeit, okay, gut, also hast du nicht irgendwas, wo du sagst, ich muss irgendwas zum Ausgleich haben, weil sonst wird mir das alles zu viel, das Problem ist ja, man hat ja, wenn man abends im Bett nicht so Gedanken kreisen, hätte ich das gemacht, hätte ich das gemacht, ich muss nur das machen, und gerade als Selbstständiger, ich muss nur das, dies, das, machst du da auch mal, sagst du, ich mache jetzt mal einen Monat Urlaub, oder, oder, wie gehst du damit um? Ähm, na wie gesagt, ich mache das ja auch noch nicht so lange, muss ich sagen, also, ähm, ich war an einem Punkt, wo wir wirklich, ich habe ja schon vorhin erwähnt, wir waren wirklich 30 Tage ausgebucht, und das war dann auch, danach waren wir keine 30 Tage ausgebucht, aber bestimmt 20 Tage, und das war dann schon extrem stressig, also wir sind gerade wirklich, ich bin von Portugal nach Wien, von Wien direkt nach L.A., von L.A. nach Wien, dann waren wir hier zwei Tage, und sind von der Location, wo wir gefilmt haben, mit unseren Koffern gepackt, zum Flughafen nach London geflogen, um dann da von London nach Birmingham, von Birmingham nach Liverpool, und weiter überall zu drehen, und am Ende diesen Monat, äh, diesen Monat war ich wirklich, da waren wir fertig, und da habe ich gesagt, okay, jetzt brauche ich mal eine Pause, und dieses Bedürfnis Urlaub zu machen, ist schon sehr lange in mir drin, ähm, weil ich sage, es ist wirklich auch echt viel, es ist geplant, aber, so richtig weiß ich auch nicht, also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt auf die Bahamas fliegen würde, dann würde ich nach zwei Tagen, wäre mir langweilig, und ich müsste wieder irgendwas machen. Kannst du eine Kamera mitnehmen, kannst du irgendwas filmen? Ja, eh, aber dann ist es wieder kein Urlaub, weil das ist, äh, aber es sind bestimmt geile Aufnahmen, auf dem, das ist definitiv, ähm, ne, aber ansonsten halt wirklich Sport, also ich mache sehr, sehr viel Sport, ich meine jetzt zur Zeit gar nicht mal so viel, wie ich, wie ich eigentlich normalerweise mache, weil eben einfach keine Zeit, aber das ist schon ein ganz guter Ausgleich. Also Sport ist dann so dein, was machst du da einfach, Fitnessstudio, gehst du laufen, oder? Alles, also, von Crossfit halt ziemlich viel, über Fußball spielen, Basketball spielen, Squash spielen, äh, mit der Freundin laufen gehen, also da mache ich eigentlich wirklich fast alles. Okay, cool. Ähm, Damien, wie siehst du dich, oder was sind so deine Ziele in zehn Jahren? Was, was möchtest du erreichen? Das ist auch wieder eine gute Frage, weil, da gibt es immer so, da gibt es immer so zwei Antworten zu, und zwar, ähm, als ich das Business gegründet habe, war mir relativ schnell klar, okay, gerade beim Filmen machen, beim Fotografieren, finde ich, äh, ist es, da kann man diese One-Man-Band viel länger aufrechterhalten, als beim Filmen, weil Filmen ist einfach so extrem komplex, ähm, äh, und obwohl wir eigentlich ziemlich alles In-House machen, äh, von Schnitt, Kamera, Ton, Musik, also wir machen eigentlich wirklich alles hier, äh, merkt man schon, man stößt schnell an seine Grenzen, und man braucht einfach ein größeres Team. Ähm, das heißt, der Plan war eigentlich immer wirklich ein großes Unternehmen, eine wirkliche Medienagentur zu gründen, die alles macht, von Konzeptplanung, Ausführung, Fotografie, Werbung, alles. Damit haben wir dann auch wirklich angefangen, und da gab es auch ein Projekt, wo wir schon mit einer anderen Firma theoretisch das wirklich groß aufgezogen haben, und das eigentlich zusammen gründen wollten, aber dann kam halt, wie wir schon besprochen haben, die, äh, Personalgeschichte dazu, und es ist wirklich schwierig, gute Leute zu finden. Ja, also sonst langfristig, äh, in zehn Jahren, was ich halt wirklich gerne hätte, ist, ich hätte gerne ein Unternehmen, und auch nicht mehr hier im deutschsprachigen Raum, äh, wo wirklich viele like-minded, also gleichgesinnte Leute daran arbeiten, ähm, an richtig coolen Projekten, coole Aufgaben, und im Endeffekt möchte ich aber, und das ist der schwierige Punkt, ich möchte halt nicht, nicht kreativ sein, und ich habe das Gefühl, dass wenn ich dann auf einmal zehn Mitarbeiter habe, dann manage ich ein Business, und manage meine Mitarbeiter, und Kundenaufträge, aber selber bin ich nicht mehr wirklich aktiv kreativ, und diesen Mittelweg zu finden, ist halt das Schwierige, ich möchte selber, ähm, weiter kreieren, und kreativ sein, im wörtlichen, äh, Sinne des Wortes, aber gleichzeitig möchte ich natürlich auch was aufbauen, und nicht einfach nur immer diese One-Man, Two-Man, kleinen, kleinen Crew-Geschichten haben, sondern schon was, was Größeres bilden, und da muss man halt wirklich schauen, wie man das im Endeffekt hinbekommt. Was ich jetzt, äh, festgestellt habe, Thema Marketing machen wir gleich noch, wenn, wenn man, kann sich ja durch diese Videos auch so ein bisschen verdoppeln, man kann das so, ich habe in einem Video mal gesehen, da hat einer gesagt, okay, ich nehme alles im Video auf, für meine Mitarbeiter, damit ich nicht jedem Neuen alles erklären muss, wie läuft das, was musst du machen, sondern ich setze mich einmal hin, einen konzentrierten Tag, mache da geile Videos, erkläre das vernünftig, und dann setze ich das online mit dem Passwort dabei, und dann sage ich, hier, guck dir das an, und dann muss ich dir nicht alles erklären, und kann zeitgleich wieder weiterarbeiten. Ähm, ja cool, schon mal vielen Dank, bis hierhin. Danke, vielen Dank für dein Interesse an dem Podcast von VideoDU. Hast du noch weitere Themen oder Fragen, dann schreib einen Kommentar. Willst du keine weiteren Folgen verpassen, dann kannst du einfach den kostenlosen Newsletter erhalten. Du erhältst dann immer als erster alle wichtigen Informationen, die du wirklich brauchst, um wirklich durchzustarten und erfolgreich zu sein mit deinen Videos. Hier klickst du unten auf den Button von VideoDU, du gelangst sofort zur Webseite, trag dich in einem Newsletter ein, ich zeige dir nochmal kurz, wie das funktioniert, das ist ganz einfach. Ich habe auch keinen Bock irgendwie, dass ich dich belästige mit irgendeiner Scheiße, wo du keinen Bock drauf hast, sondern einfach das, was dich wirklich interessiert, wo du wirklich sagst, das ist geil, und ich überlege mir wirklich 500.000 Mal, bevor ich diese E-Mail zu dir sende, ob dich das wirklich interessiert, ob das was für dich ist, und wenn dir das richtig viel Spaß macht, dann freue ich mich. Du kannst diesen Podcast auch einfach hören, wenn du sagst, okay, das Material, das kann ich selber, da brauche ich mir nicht angucken, wie dir das Video macht, sondern du kannst einfach, wenn du unterwegs bist und fährst von einem Job zum anderen und du sagst, ich möchte mir diese Scheiße im Radio nicht anhören, dann empfehle ich dir ganz klar den Podcast von VideoDU. Den findest du auf iTunes, den findest du auch nochmal, den Link dazu, auf VideoDU-Podcast, da kannst du dir anhören, was wir besprochen haben, weil es sind nicht alle Videografen, die ich in dem Interview live natürlich gefilmt habe, wo wir dann ein Live-Interview gemacht haben, manche wollen nicht vor die Kamera treten, die wollen lieber hinter der Kamera stehen und erzählen aber trotzdem aus dem Nähkästchen. Ich hab super geile, interessante Leute dabei, zum Beispiel Daniel Slotin war mit dabei, Ferdi war mit dabei, Damien Cooper, hast du gesehen, war mit dabei, ich kann noch 1000 Millionen Namen nennen, ich hab noch 500 Leute auf der Liste stehen gefühlt und es kommen täglich oder beziehungsweise wöchentlich mindestens neue Leute dazu, die dir richtig geile Informationen bieten können und richtig coole Tipps mit an die Hand geben können, wie du mit deinen Videos erfolgreich werden kannst. Ich freu mich und ja, ich hoffe, wir hören uns wieder im Podcast. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.